Australiens aktuelle Hitzewelle hat zu dieser seltenen Szene geführt. Ein durstiger Koala bekam Wasser von vorbeifahrenden Fahrradfahrern. Insgesamt sieben Flaschen gaben die Ausflügler in der Nähe der Stadt Adelaide dem Bären, bevor sie ihn von der Straße weg zurück in die Landschaft begleiteten. Auf Social Media wurde die herzergreifende Szene sofort tausendfach geteilt. Das ist es.